hallo und herzlich willkommen zum nächsten part mein controller funktioniert nicht jetzt von donkey kong land heute anscheinend mit dem ersten wasserlevel ich weiß gar nicht gibt es hier bonusräume ich habe natürlich genau in dem moment gesaved als donkey kong gestorben ist ich weiß halt nicht ach komm ja also vierter part von donkey kong land wir sind noch in kremlantis wie ihr wisst im zweiten level da unten war nur scar ist aber ok dort unten ist nix also falls ihr fragt ich spiele das mit einem playstation 3 controller naja ist relativ ok denke ich mal kommen wir zwar mit dem playstation controller nicht so gut klar aber ist ok checkpoint ach du scheiße was ist denn da unten wenn da jetzt was unwichtiges ist ne gut das n das n nehme ich gerne das ist ja auch relativ wichtig wenn wir mal ehrlich sind denn ja braucht man zum speichern alles also man braucht ja alle buchstaben zum speichern ich bin dumm und schwimmen sofort da rein oh war das knapp ich weiß nicht wie lange das level noch geht ich habe keinen bock mehr zu sterben aber natürlich musste ich noch sterben aber ich habe halt vorher keinen bock immer alles von vorne einzusammeln und so denn ich brauche halt die buchstaben das wisst ihr ja sorry aber ich habe von anfang an gesagt dass ich saven werde wenn ich es brauche da ich nicht nochmal das gleiche machen will wie in donkey kong country 1 für den gameboy color das ist kein spaß macht mich nur frustriert ich will euch nur die level zeigen und dann ist gut und halt die bonusräume und alles das ist hier hinten bonus das ist ein secret exit was bringt mir das secret exit oder ist das ein secret exit ne was bedeutet denn das jetzt was keine ahnung machen wir weiter mit dem dritten level von crem lantis mit aquatic ambience mit aquatic ambience mit aquatic ambience das war eine berührung sah für mich zwar nicht so aus aber ok ich sag ja nix wo lang ich weiß nicht wo lang ich geh jetzt einfach hier unten lang da ist nur das k da wollte ich nicht hin wie soll denn das funktionieren hä keine ahnung wie aber ich habe es irgendwie geschafft neue natürlich bleibt er da hin aber wasser level in donkey kong sind eigentlich besser als die in mario da ich halt die steuerung noch ein bisschen besser finde aber ich finde wasser level allgemein eigentlich gar nicht so schlimm stimmt man konnte ja bei vielen solchen von solchen dingern einfach oben drüber schwimmen und die wasserlevel sind meist einfach nur so lang das war knapp man kann doch auch nicht wissen ob irgendwo was wissen wohl nicht ich habe das spiel auch noch nicht zu 100 und 1 prozent gespielt aber ich habe den endboss schon besiegt schon einmal auf dem 3ds noch ein checkpoint also hier ist natürlich eine abkürzung das wusste ich also wirklich ich wusste das na gut in echt wusste ich es natürlich nicht komme ich jetzt hier nicht raus also schlecht mache ich mich gar nicht oder bisher natürlich wirklich gut auch nicht aber jetzt nicht wirklich scheiße oder doch da ist ein zwischenraum ja okay ich nehme alles zurück kann man nicht wissen ich weiß nicht was ich tun soll ach doch ich hatte zwei punkts ok ich mache jetzt ein safestate das nervt mich ja wie soll man da durchkommen ja na klar noch schneller am besten wo ist denn das dumme endg ich weiß nicht wo es gäbe aber im wasser gibt es keine bonus level glaube ich schaffen auch noch ein level ach gut nicht schon wieder so eins ist hier unten was das muss ich nicht nach bonusräumen suchen das muss ich nicht nach bonusräumen suchen hä wieso ist das ach nein ich hasse es diese tornados oder was das ist ich räume mich natürlich direkt rein brauche ich das ja hä wie bin ich denn hier hochgekommen ach wahrscheinlich durch den sprung da weil ich ja ähm so perfekt auf dem gegner gelandet bin dass ich wahrscheinlich so hochgeflogen bin wie wenn ich auf einem reifen springe ja und was ist das jetzt hier hä ach so gibt es hier was war das denn grad für ein versuch was sind denn das für knappe sprünge boah alter wenn man das jetzt für irgendwas gebraucht hatte ne ach komm toll von hier von hier ich weiß halt nicht ob ich das für was brauche ist doch Mist ich weiß gar nicht was für ein remix das hier sein soll oder ist die neu die musik also kam die neu in donkey kong land bei mir sagt der remix grad überhaupt nix ach du scheiße was wird denn das jetzt oh gott hä oh gott oh gott ich hab doch niemals alles doch wir kommen heute echt gut durch das heißt wir machen noch das hier das könnte auch ein etwas schwereres level sein jetzt hab ich auszusehen gewechselt ein moment ich musste mich kurz kratzen übrigens ich hab noch gar nicht über die lebensanzeige geredet ich weiß nicht warum das solche herzen sind man hätte doch auch einfach eine normale lebensanzeige machen können oder aber die leben werden intern weiter gezählt aber halt nur nicht angezeigt und wenn man das spiel einmal speichert und dann halt raus geht dann verliert man natürlich auch alle leben meine ich nur in dem spiel gehe ich eh fast jeden tag game over wenn ich nicht safe staten tue scheiße also die zweite welt geht eigentlich noch fand ich zumindest hatte ich so in erinnerung aber es kommt noch ein level was übel reinhaut und dazu habe ich ja dann auch noch eine story dazu dann mehr im part wenn das level kommt schon 43% mhm das ist perfekt komm machen wir das auch noch ich dachte gerade hier ist was ach nein mein mein Hasslevel also wirklich dieses level ist scheiße schwer ich werde nach nichts suchen ok einfach nur durch hauptsache ich komme hier irgendwie lebendig raus denn wie ihr seht diese dinger da verfolgen mich wie gut ich das gerade mache oh gott war das knapp hier diese dinger jetzt bin ich gerade mal beim k junge das wird jetzt ein albtraum noch ich brauche die kommt wirklich das wird am ende noch so scheiße schwer ich weiß auch ne hier waren die buchstaben alle so bekloppt ne die letzten ne die sammle ich nicht sorry weil ich auch echt keine ahnung habe wo die alle waren bis jetzt gehts habe ich warte gab es noch so ein level nein jetzt kommen sie nämlich und die sind auch eigentlich meinte ich zumindest ja ok jetzt kommen sie jetzt kommen sie die sind nämlich mega schnell eigentlich ja irgendwann muss ich auch mal getroffen werden mal gucken ob ich es schaffe ach fuck warum weckse ich denn neaaain komm das schaffe ich hä hä hatte ich das einfach nur schwer in erinnerung weil eigentlich geht es voll klar naja ok das ding verfolgt einen aber auch richtig genau ja ach komm man kann auch nicht immer wissen wo man hin muss ja na klar n erst ach gut na was habe ich mich hier eingelassen hä hä verfolgt das ding mich eigentlich noch keine ahnung hä wo bin ich denn hier das G aber wo ist das Ziel hier also eigentlich wirklich ohne save set müsst ihr das mal spielen gut dann bedanke ich mich für's zusehen des vierten parts wir haben heute echt viele level geschafft ich sage bis zum nächsten mal tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.